Was glaubt man das Seafighter, Osiria? Und heute gibt es was besonderes, denn wir werden den Super Saiyan 3 Goku vollends Extreme The Awakening. Ja, ich habe das Extreme The Awakening geschafft, auch ohne Ejigo und Frieza. Ihr wisst gar nicht, wie stolz ich mich, wie stolz ich auf mich selbst dafür bin. Nachdem ich Ejigo und Frieza nicht gezogen habe, habe ich mir gesagt, ey, ich werde ihn besiegen. Auf jeden Fall, ohne ihn, ey, hab's letztendlich geschafft. Und deswegen werden wir hier zum einen den Super Saiyan 3 Goku zu seinem letzten Extreme The Awakening verleiten, denn wir wissen ja, man kann ihn Step by Step Extreme The Awakening. Ich bin schon auf der letzten Stufe, heißt, hier wird sein Charakter Max Level steigen auf 140, Super Attack auf 15 und sein Passive wird sich ändern. Dann werden wir uns die ganze Karte an sich anschauen, aber wir werden ihn auch noch auf 100% bringen. Richtig, euer Osir, du fucket da nicht lange rum und bringt ihn direkt auf 100%. Ich würde sagen, wir tun ihn erstmal Extreme The Awakening an der Stelle, bringen ihn auf 100%, dann schauen uns die Karte an und dann tun wir ihn auch natürlich showcasen und gucken uns an, ey, wie ist der Dude eigentlich nach seinem Extreme The Awakening geworden. Nun, wenn wir rein von den Stats erstmal ausgehen, das sah geil aus by the way. Sein Max-Sale ist jetzt auf 140, er ist bei mir 135, ich werde ihn noch auf Max-Sale bringen und Max-Essay gleich. Sein jedes Platz hat sich schon geändert, nun gibt er G-Type-Charakter in Key plus 3 auf 400, er ruft 70%, Ulti an der Stelle macht nun immense Damage und verhindert die Verteidigung des Gegners stark. Und dann, wenn wir das einmal hier draufklicken und ihn uns, what is los, man, näher betrachten dürfen, dann sehen wir hier, Boom. Er bekommt fix immer 70% auf die Verteidigung in Start of Turn, das hat er immer, und zusätzlich bekommt er 120% auf seinen Angriff für sieben Runden lang, das ist seine neue Passive. Ich habe ihn auf Level 15 Crit gebracht, Level 11 Additional Attack, soweit es geht. Warum auf Crit? Weil er hat, sag ich mal, keinen Bonus auf seine Ulti oder so, hat er schon Great Lower Staff, aber das ist jetzt nicht, was er mitnehmen musste. Da bin ich statt auf Level 20 Additional Attack und Level 6 Crit, da habe ich lieber die Crit-Schiene genommen und bin noch mit 15 Crit gegangen auf Level 11 Additional Attack, wie ihr es hier seht. So, jetzt bringen wir den Dude noch auf 100% und zwar nehmen wir da mal ein Heal mit. Und ihr seht schon richtig, dieser Dude bekommt 7000er Stats, weil er zu den ältesten Karten gehört, ab Super Greta und davor, beziehungsweise ja, Super Greta und davor, alle Charaktere bekommen im Dude System 7000er Stats. 7000er Stats, deswegen lasst mich den Dude sofort MaxL, bringt MaxSuper Attack und ihn uns direkt in seinem Showcase anschauen. Alles klar, und wir haben hier das perfekte Szenario, denn wir sind in dem Double 120% League von Super EGT, Super Saiyan 4 Vegeta. Es geht auch ein Ticken besser, wenn man Super Saiyan 3 Goku, nämlich in dem Majin Buu Saga Team, spielt mit Double Super Vegito. Das sind 130% zusammen, 130%. Ich habe ihn leider nicht, deswegen machen wir das mit dem vierfachen Vegeta. Heißt, wir haben jetzt einmal 120% auf den Angriff und durch Super Saiyan 2 Vegeta und dreifachen Agee Goku sind alle Linkskills getriggert, alle Angriff-Linkskills, die da wichtig sind. Wir haben zum unter anderem Golden Warrior, Verteidigungsregnissen, Minus-Setter uns verringern, Plus-1-Key, Saint Warrior Race, 700 auf Angriff, Super Saiyan 10% auf den Angriff ohne Flasche, ja, Ki-Plus-3, Limit-Breaking-Form, Plus 20.000 auf den Angriff, wenn er ultet, und mit vierst Battle 15% auf den Angriff. Heißt, alle Linkse sind hier getriggert, wir haben Typen-Vorteil. Extreme Z-Awaked Super Saiyan 3 Goku, lass uns ihm ganz kurz seine Stats anschauen. 100% Ja, wir haben gesagt, 7.000 auf jeden, also im Durchschnitt 7.000 auf die Stats. Wir haben hier fast 19.000 HP, 18.000 Angriff und 13.000 Verteidigung bei diesem Dude. Das ist fast LR-like, Leute. Wirklich fast so viel Feta überhaupt nicht dazu. Deswegen bin ich auf seinen Damage-Aufpunkt an der Stelle gespannt. Wie gesagt, bestes Szenario, let's go. Schauen wir uns den Schaden an der Stelle an. 1,7 Millionen jetzt schon auf den Angriff. 4,3 Millionen Krits. 4,3 Millionen Krits. Von einer Oldschool-Karte. Er hat Extreme Z-Awaked 100%. Kommt mit 4,3 Millionen Krits daher. Literally, GG ohne Krits wären das um die 3,4 Millionen. Weil wir haben gesehen, 1,7 Millionen hat er seinen Angriff gehabt bei der Ulti. Und alle Typen-Vorteile haben wir das Ganze verdoppelt. Sehr effektiver Schaden. Also, mhm, Dieter Süd macht auf jeden Fall Schaden. Extreme Z-Awaked total gelockt 100%. So oder so. Ähm, jetzt würde ich gerne ein Team nehmen und ihn in einem Dokkan-Event testen. Let's go. Okay, wir sind im Dokkan-Event von Super Saiyan 4 Goku. Da haben wir über zwei Runden den Typen-Vorteil. Und ich hab versucht, das Team mehr oder weniger auf ihn abzustimmen. Charaktere mitzunehmen, die viele Links-Sitz haben. Aber auch zwei Supporter mit reingenommen, weil er selbst Key braucht. Und wir das gerne mitnehmen per Supporter. Deswegen würde ich sagen, den Super Saiyan begeht ihr hier. Lass mich mal mit ihm auf jeden Fall in einer Rotation. Er gibt nur seine Pass-Key plus 2. Auf den Angriff war Verteidigung. 15% wenn mich alles täuscht. Und er hat zudem unter anderem Super Saiyan zum Beispiel Golden Warrior und Saiyan Warrior Race. Let's go. Also, hier noch kein Typen-Vorteil. Werden wir dann auch sehen, wie so sein neutraler Schaden ist von dem Extreme. Sie erwaked den Kakaroto. Hier kommt er auch schon. 1,8 Millionen. Okay, haben wir Angriff-Sets hier. Und wie ist unser Damage? 1,2 Millionen. Additional Ulti. Nice, Additional Ulti. Nicht wundern an der Stelle, das ist so, wenn er ultiert, es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Wir sind so, wenn ich das so nennen darf, Blitze um die Zahlen herum, das ist, weil er Extremsy Awake wurde. Das ist nicht kein Anzeichen für Crit. Crit ist immer noch, wie wir es kennen, da steht dann Critical dran und wird so quasi Gold. Golden. Aber ja. Also, er hat ihn gerade alleine auseinandergenommen. Krasser Dude. Krasser Dude an der Stelle. Gut, wir machen aber gekonnt mal weiter. Und zwar, ja, ich kann es halt nicht verändern, mit den Jungs hier nicht zu ulten, weil die linken sich gut, wir haben Supporter drin mit Paaren. Jeder wird da ulten, macht nichts. Wir werden trotzdem immer wieder versuchen, den Fokus auf den anderen Kakarot zu legen. Er hat schon auf jeden Fall viel gezeigt. Ja, One Shot hat er die erste Runde geklärt. Mit 2x1,2 Millionen war das, glaube ich. Richtig. Ah, meine Lischleute. Also, wenn ihr dazu in der Lage wart, ich sage es mal so, weil das Event ist mittlerweile schon offline, als ich das hier aufnehme. Aber es soll nicht heißen, dass es nicht wiederkommt. In JP kam das wieder, heißt, in Global wird das auch wiederkommen. Wann genau das wiederkommen wird, wissen wir leider nicht. Aber, seit ihr getröstet, das Extreme Z Awakening, Extreme Z Battle von Super Saiyan 3, wird natürlich wieder erscheinen. Aber by the way, das nächste steht schon kurz vor der Tür, nämlich ab dem 10. April, das von den Strength Broly, das Extreme Z Battle von ihm. Gut. Dann, let's go. Jetzt haben wir Typenvorteil. Gucken wir mal, wie viel Schaden er jetzt macht. Ähm, 264.000 Angriff jetzt schon, ohne Ult. Das ist... Ridiculo. Ich finde das aber geil, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von so einem Extreme Z Battle, Extreme Z Awakening, dass die alten Charaktere genommen werden, verbessert werden und deutlich besser werden. Immens gut werden. Und, ähm, welchen Charakter wollt ihr da noch sehen? Welchen Charakter wollt ihr noch sehen? Mein persönlicher Favorite, zwei Minion. Mein persönlicher Favorite wäre, dass der Tech Margin Vegeta einen Extreme Z Battle bekommt. Ich würde das übertrieben cool finden. Aber ich denke dabei, wenn erstmal Step by Step die alten Leader kommen, heißt uns fehlt noch Tech Cell, Int Ultimate Core und physisch Full Power Freezer, wobei Full Power Freezer und Super Greta, wobei Full Power Freezer schon wirklich an... Also ist der schon gut. 120% auf seinen Angriff. Ich denke, wenn er ein Extreme Z Battle Awakening bekommen wird, dass da nicht so viel an ihm geändert wird. So minimal wahrscheinlich. Weil er ist wirklich schon solide Unit von damals schon und jetzt immer noch. 120% bekommt aus seinen Angriff, macht immense Damage. Eines der ersten Charaktere war das, dass er immense Damage gemacht hat. Also ich denke, bei ihm wird es ein bisschen minimal ausfallen. Aber gut, anyways, wie gesagt, mein Favorite wäre der Tech Margin Vegeta. Schauen wir mal, was noch auf uns zukommen wird. Ich hoffe jetzt, die zwei Dudes eskalieren nicht. Okay, gut, keine additional Ulti. Wir haben aber noch da einen Vegeta auf der anderen Seite. Hm, genau. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Ladies and Gentlemen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr auch überwältigt seid von dem Kakarotus, von dem Super Saiyan 3, Extreme Z Awake, 100%, dann tut ihn und mir einen Gefallen und vielleicht auch euch selbst und drückt auch den Abo-Button, damit ihr nichts verpasst. In Zukunft aktiviert die Abo-Glocke. An der Stelle würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen lieben Dank und hier kommt Kakarotus schon wieder rein und dann würde das Ganze auf jeden Fall finishen. Wenn nicht, haben wir noch einen Vegeta da hinten und der räumt dann auch auf. Da habe ich kein Problem damit. Aber overall total zufrieden mit dem, was sie mit ihm gemacht haben. Natürlich, natürlich ist es schwer, ihn Extreme zu awaken. Man braucht die gewisse Charaktere. Wir wissen, dass Extreme Ziebettel war. Er ist nicht jeden vergönnt, sage ich mal. Man braucht gute Charaktere. Aber ich denke, man kann das vielleicht ein bisschen verstehen, ja. Er ist sehr, sehr gut geworden und ich finde das immer gut, dass man für etwas hart arbeiten muss, damit man das dann bekommt quasi. Damit man sowas Gutes bekommen, sollte man schon eine gewisse Leistung an den Tag bringen. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Über die Schwierigkeitsstufe und Extreme Ziebettel kann man streiten. Ich nehme es einfach mal so hin. Er bändet das Ganze mit einem 2 Millionen Crit und ich hoffe auch, an der Stelle das Ganze hat euch gefallen. Das Ganze schockt ich es zu ihm. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr von ihm haltet und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.